Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student. Wir lernen in der Einführung in Kapitel E01 das deutsche Alphabet. Wir sind jetzt beim Buchstaben L. L wie Land. Das Land, die Länder. Also Singular, das Land, Neutrum. Plural, die Länder. Mit dem unbestimmten Artikel ein Land und Länder. Im deutschen haben wir keinen unbestimmten Artikel im Plural. So hier, das ist ein großes L. Das ist ein kleines L gesprochen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Land. Das ist die Bundesrepublik Deutschland. Das Land Bundesrepublik Deutschland. Deutschland, Frankreich, Italien sind Länder. Polen, Tschechien, Ungarn sind Länder. Die alle sind europäische Länder. Dankeschön für Ihr Interesse.